ja auf jeden Fall und es ist jetzt noch gar holst kannst du dort kriegst du es um 20 Prozent wenn ich also um 30 Prozent weniger welche so billiger welche was denn ist das noch alles rausgekommen oder was das 1er 1er das 1er glaubst normalerweise nur für PC ok und jetzt haben sie es gemacht dass du es auch auf der PlayStation 4 spielen kannst mit allen DLC um 20 Euro 20 Euro so wie lange ach so jetzt aktuell oder was ja ist jetzt aktuell ich keine Ahnung ob es jetzt noch immer ist ich habe es geschaut um 3 oder 4 in der Früh da vorne ist schon ein Schwesternschiff von uns ja ich begrüße einmal das ist auch mal ha 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 alter da war alles um aus ha da Wieso Chaos ist es gleich noch nie klar? Äh, das ist zu schnell von mir nicht gespürt Alter, ich ahne von den ganzen Shades hittet das doch nicht nochmal Hä? Ich schließe hier wie ein Verrückter, aber nichts zu trifft, ey Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Aber diese Phase hat sich nicht so gut eingeführt So, einer ist weg Der Gegner ist ein Kreuzer gesichtet Äh, ich muss den Scheiß, wie geht das aus eigentlich? Ja, komm her, ich suche raus, ich schenk euch ja gar nicht Ich sag mal wieder Sugar Der Gegner ist ein Kreuzer gesichtet Oh, der Umg schießt auch auf uns Alter, ich brenne, ich schieße jemals auf den Brandgeschossen. Alter, jetzt häng ich selber hier im Außenbereich. Alter, ich schau dir nicht so aus, aber jetzt unter Beschoss. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Also, okay. Gegnerische Schlachtschicks zerstört. Das ist die Brände. Das ist die Brände. Das ist die Brände. Das ist auch schon die Sto-Tos-Gesundheit. Genau. Ich verwiesen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, die hat meine Zittertelle getroffen. Bisschen? Ja? Bisschen? Die haben sich auch auf mich konzentriert, weil es du hinten in der Ecke kängig bist. Rechts von dir, da ist gleich bei uns im Gebiet dran an. Scheiße. Tief. Du drübst echt nix, gell? Du drübst. Isto nicht so fast, ne? Glocke. 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 und ich habe ein und ich habe den ich habe einen einen Ich bin jetzt auf die Ehe. Ich bin jetzt auf die Ehe. Ich glaube, das renken würde ich nicht mehr. Ich bin der letzte Schlagschiff. Wir werden zu dritt wahrscheinlich bei ihrer Base hocken. Tja. Also wir können so, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ein theoretisch. Der Zerstörer ist ganz hinten. Unserer. Nicht von links. Ich werde aber auch nicht mehr viel leben. Ich muss nach vorne auch noch. Papelos. Oh shit. Oh, treff mich nicht. Nein, da bin ich ein Schwein, Alter. Feuerlärm. Problem gelöst. Feuerlärm. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Gefängliche Ende der 5 Minuten. Was ist das? Geht's endlich klar, dass ich kümmern kann? Scheiße. Geh den her, der Spast. Geht's. Nein, Treffer. Sauber. Kill. Hinter dir ist der Zerstörer. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Teufelskerl. Alle Stationen meldet Position eines strategischen Ziels. Das war unser Zerstörer. Aber wir wohnen ja geil. Alter, cool Runde. Für dich. Für mich, ja. Ja, ich habe aber auch 50.000 Schadenspunkte. Vier Mann zerstört. Guten Morgen. Morgen. Ich vernichten der Schlag. 30 Zellentreffer. Sauber. Ich bin dritter, obwohl ich so früh rausgeflogen bin, Alter. Kannst du? Ich weiß nicht, ob du kannst. Darfst. Ha, ha, ha.